Diese Gesichter kommen GZSZ-Fans doch ganz schön bekannt vor. Gleich zwei ehemalige Daily Stars sind aktuell bei Bettys Diagnose zu sehen. Sie waren bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, jetzt sind sie bei Bettys Diagnose zu sehen. Diese Darstellerinnen von Bettys Diagnose kennen wir doch. Denn nicht nur ein ehemaliger GZSZ-Star spielt in der Krankenhaus-Serie mit. Bettys Diagnose, diese Stars waren bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Von September 2015 bis September 2016 stand Rona Oeskan, 29, als Selma Özgül, für Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, vor der Kamera. Nach einem Jahr verließ die Schauspielerin die Daily wieder. Seit 2017 spielt Rona Oeskan eine Rolle in der ZDF-Serie, Bettys Diagnose, Rona verkörpert, Ava Edemir. Sie ist Krankenschwester und ehemalige Schwesternschülerin der Aufnahmestation. Die Krankenpflegerin ist die Nichte von Safi Edemir, Erjan Dormas, und die Tochter von Emre, Adnan Maral, und Baha Edemir, Sielolu. Ein weiterer GZSZ-Star, der es in die ZDF-Serie geschafft hat, ist Isabel Horn, 39. Sie spielte ab 2009 die Rolle der Pia Koch in Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, die sie 2015 auch in Alles, was zählt, verkörperte, bevor sie die Serie im selben Jahr verließ. Seit 2020 ist Isabel Horn bei Bettys Diagnose, in der Hauptrolle als Rieke Köhler, zu sehen, eine Krankenschwester der Aufnahmestation. Sie ist die Ex-Frau von, Axel Köhler, Kai Schumann, und Ex-Freundin von, Oliver Weiß, Alexander Koll. Damit hat nicht nur ein GZSZ-Star den Schritt von der RTL Daily zur Krankenhausserie gewagt. Rona Özkan und Isabel Horn begeistern bereits seit Jahren in, Bettys Diagnose, die Fans.